Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie als GOP-Mitglied haben diese Tage Ihre persönliche GOPROFITPLUS-Karte zu Hause im Briefkasten. GOPROFITPLUS ist eine echte Profitierkarte für Vergünstigungen und Sonderangebote, die exklusiv für Karteninhaber gültig sind. Sie profitieren sofort im Laden, ohne dass Sie zuerst lange Punkte sammeln müssen. GOPROFITPLUS sollten Sie immer dabei haben beim täglichen Einkaufen in allen GOP-Filialen, GOP-Warenhäusern und Bau- und Hobbymärkten. Mit GOPROFITPLUS profitieren Sie aber auch von exklusiven Sonderangeboten bei unseren Partnerfirmen, Radio TV Steiner, Interdiscount, Top-Tipp-Möbel, Import-Parfümerie, Billi-Top-Discount, OK-Tankstellen, bei der GOP-Bank, den Versicherungen oder GOP-Extra-Reisen. Falls Sie selber noch keine GOPROFITPLUS-Karten haben, können Sie direkt an der Ladekasse eine verlangen. Wer sie noch nicht hat, braucht sie nämlich. Denn schon diese Woche haben wir ein paar besonders interessante Angebote. Übrigens, ich habe noch Karten. Wunderbar, dann profitieren Sie jetzt von diesen speziellen Angeboten. 4 Liter UHT-Vollmilch oder Milchtrink offerieren wir Ihnen am Freitag und am Samstag zum konkurrenzlosen Preis von 4 Franken. Und die Satrap-Dampfstation Vapor-Superprofi, zum Glätten wie ein Profi, kommen Sie die ganze Woche zum halben Preis über. Mit der GOPROFIT-Karte wird aber auch ein Ausflug auf den Pilatus für die ganze Familie zum lohnenden Ziel. Auf der Pilatus-Bahn sparen Sie 30% und die Rodelbahn Freck-Müteck, die grösste von der Schweiz, benutzen Sie zum halben Preis. GOPROFITPLUS, vorzeigen, sofort profitieren. Und nach diesen erfreulichen Aussichten für das Haushalt-Budget präsentiert uns jetzt der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, Armin Amrain, ein weiteres erfreuliches Rezept. Und zwar sind das Wirsingblätter gefüllt mit Lamm. Grüezi miteinander! Füllung habe ich schon vorbereitet. Ein Mützchen in Würfel geschnitten und mit Melk und einem Ei vermischt. Dann Wirsingstreifen und eine Schalotte im Anken angetünchtet. Ein Lammfilet ebenfalls in Würfel geschnitten und rasch im heissen Öl gebraten. Jetzt alle die Zutaten verrühren und die grossen Wirsingblätter, die ich auch schon vorher im Salzwasser plaschiert habe, halbieren. Auf jede Blatthälfte ein wenig Füllung verteilen und zur Bellale formen. Speck, ein Räubli, Sellerie und ein Knoblauchzehen im Anken andünsten. Ein Timian-Zweig dazu geben und die Wirsingbellale oben drauf setzen. Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Puyo übergiessen. Und zugedeckt ca. 30 Minuten bei schwacher Hetzler schmoren lassen. Diese Wirsingbellale riechen sehr gut als Beilage zur Lammmedaillon oder allein als Hauptgericht. Und statt Wirsing können Sie natürlich auch Weisskabis nehmen. Wo Sie das Rezept nachlesen können, wissen Sie ja inzwischen bestimmt. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Weiter geht's mit Spots im Markenfenster. Der Anfang macht Fa mit einem neuen Duschbad. Das neue Fa Duschschil. Entdecken Sie die neue Frische von Fa. Den Duft von Lemongrass, der Sie in eine neue Welt entführt. Spüren Sie eine nie erlebte Frische, die Sie fasziniert. Die inspirierende Frische von Fa. Und? Ist fein und richtig cremig. Total schockig. Edli Kackusorte, gute Schweizer Milch und knackige Nüsse braucht es für die Herstellung von einer feinen Schocki. Dazu vielfach Wissen vom Confiseur und ein Schuss Perfektion bei der Produktion. Eigentlich ein ganz einfaches Rezept, wenn es könnte. Kennen Sie diese Schocki? Das ist sicher eine der bekannten Schweizer Marken. Richtig. Arnie Foucault. Wie immer jetzt an dieser Stelle ein paar Aktionsangebote. Ein Kilo Trauben Uva Italia kostet 2,20. Sechs zum Preis von vier Flaschen Coca-Cola Classic oder Light gibt es für 8,40. Fixes Ultra 3 oder Extra Class kommen Sie über als 3 für 2, 22 Fr. günstiger. Ausserdem offerieren wir Ihnen Jacken für Kids und Juniors schon ab 49 Fr. und Jeans ebenfalls für Kids oder Juniors ab 18 Fr. In unserer Blumenabteilung hat es unter anderem einen bunten Blumenstrauss für 9,90. Und im Co-Prestaurant offeriert Ihnen der Chef diese Woche Spaghetti Al Arabiata und zwar für 8 Fr. Die schönste Zeit für die Hobbygärtnerinnen und Blumenfreunde geht allmählich zu Ende. Verzweifeln muss man aber nicht. Bekanntlich kann man ja auch im Haus sein Hobby frönen und den grünen Taumel anwirken. In der Co-Blumenabteilung findet Sie zurzeit eine grosse Auswahl an kräftigen Grünpflanzen zum gewohnt günstigen Preis. Und mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.